Halli, hallo, Hallöchen! Willkommen zu einer Runde. Ja, Call of Duty. Nach langer, langer Zeit. Achso, ja, Call of Duty, Walt Edward noch dazu sagen. Nicht das neue, keine Ahnung wie das heißt. Ja, ich will mal den Horten, ach, die scheiß Hortenstellung ausprobieren. Habe ich noch nie, keine Ahnung. Habe ich auch jetzt erst entdeckt. Ich glaube Standard. Mal gucken. Na ja, Zombies abballern kann ich ja. Ja, und falls Beleidigungen kommen sollten, nicht persönlich nehmen, das könnte hart werden. Gehirn zu? Wie? Los. Hä? Was laberst du? Können halt zu meinem Spiel dazu, das gehört zu mir dazu, da so bin ich wirklich drauf. Du beleidigst sämtliche Länder. Ja, ich beleidige alles, was geht. Aber das auch, weil ich Hartkotzackerin bin wahrscheinlich. Standard ist nämlich nicht meins. Jetzt glaub doch, du Sack. Meine Oma ist ja noch schneller als du, ey. Stellung in den Händen von Verbündeten. Ja, Zombies kommt. Die Stellung ist in Feindeshand. Ja, Feindeshand ist meiner. Stellung in den Händen von Verbündeten. Und nicht möglich ist. Und nach dem Rauchabzug. Ganz glücklich. Ey was machen die hier hinten, die Stellung ist da vorne, ey. Neue Stellung, Ausrücken. Ich hasse solche Assis. Jetzt verliere ich aber noch weil, Laval geht in den Blitzchiff. Die Stellung ist in feindlichen Händen, hochfeindliche Aufklärungsflieger entdeckt. Nein, ich hab's gut. Stellung in den Händen von Verbündeten, feindliche Aufklärungsflieger entdeckt. Ihr Scheißzombies. Die Aufklärung sucht nach Zielen. Hä, wo bin ich? Wo muss ich hin? Jetzt sind wir noch da hinten. Die Stellung ist in feindlichen Händen. Vorrücken und Position einnehmen. Feindliche Aufklärungsflieger entdeckt. Aktivität auf dem Feuerbau entdeckt. Position der Stellung bestätigt. Hä, wo ist das jetzt? Wer zurück? Mal die Sucherei. Die Stellung ist in feindlichen Händen. Vorrücken und Position einnehmen. Die Stellung wird überrannt. Brauchen Verstärkung. Die Stellung ist in feindlichen Händen. Aufklärung in der Luft. Ist achterkont. Die Stellung wird überrannt. Brauchen Verstärkung. Die Stellung ist in feindes Hand. Stellung gesichert. Die Stellung ist in feindlichen Händen. Vorrücken und Position einnehmen. Ich will da keinen Feind drehen. Die Stellung ist in feindes Hand. Wo in feindes Hand ist es? Kleine Händen. Vorrücken bereit. Sicherheitsfonds verteile ich die Stellung. Feindlichen Flammenwerfer gesichtet. Verteilt euch. Feindlos im oberen Netz. Ja, Burn. Du, 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 glaub mal schneller. Kriminell. Feindliche Aufstehungsflieger entdeckt. Feindliche Aufstehungsfliegerung. Feindliche Aufstehungsfliegerung. Feindliche Aufstehungsfliegerung. Position der Stellung bestätigt. Fuck what the hell? Die Stellung ist in feindlichen Händen. Vorrücken und Position einnehmen. Feindliche Aufklärungsflieger entdeckt. Die Stellung wird überrannt. Rauchen Verstärkung. Die Stellung wird überrannt. Rauchen Verstärkung. Die Stellung ist in feindes Hand. Achtung, Molotow. Stellung abgeriegelt. Die Stellung wird überrannt. Rauchen Verstärkung. Feindliche Aufklärungsflieger entdeckt. Position der Stellung bestätigt. Steuervorgen. Schlecht. 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 Schlecht bei den Rettungsbooten. Jetzt nicht mehr. Hopp. 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 immer von hinten die feiglinge könnte öfters sein stellung gesichert die stellung wird überrascht brauchen verstärkung die stellung ist in feindlichen händen vorrücken und position einnehmen position der stellung bestätigt stellung in den händen von verbündeten feindliche aufklärungsflieger entdeckt die stellung ist in feindes hand neue stellung ich will da keinen feind sehen aufklärungsflieger wartet auf befehle die aufklärung sucht nach zielen stellung in den händen von verbündeten achtung aufklärungsflieger entdeckt aufklärungsflug abgeschlossen die stellung ist in feindes hand die stellung wird überrascht brauchen verstärkung feindliche aufklärungsflieger entdeckt die stellung ist in feindlichen händen vorrücken und position einnehmen die stellung wird überrannt wir haben gewonnen gute arbeit soldat hoffentlich war die stellung noch da oben das braucht manchmal ein bisschen ziemlich lange eigentlich normal was kommt der ladebildschirm aber ist auch interessant wo bin ich platz drei ja guck doch die andere sind so ok die obere noch wenigstens bisschen mitgemacht keine teamplayer ja wie viele tote hat denn ich das gibt krieg das gibt krieg das gibt krieg das gibt krieg Man möge mir alles reichen. Okay, die Snackbar ist eröffnet, wenigstens auf eine geile Map, ich mag die voll. Stellung. Aus der Stellung töten Zombies zum Punkten, also wenn du innerhalb einer, einer Stellung ausstrahlen. Neue Stellung, ausrücken. Ach, da hiefen wir. Scharf Schütze, vorsichtig. Ja du, das war mal einer, wenn's der war. Langweiler. Ja. Ach so. Nö. Jetzt nicht mehr. Abgeriegelt. Molotov bereit. Wieder Molotov. Achtung, Molotov. Sichert und verteidigt die Stellung. Wir verlieren den Kampf. Stellung abgeriegelt. Neue Stellung. Neue Stellung. Ich will da keinen Feind sehen. Neue Stellung. Immer die Sucherei. Die muss nicht weiss, wo die hin gehen. Stellung in den Händen von Verbündeten. Molotovs bereit. naja immerhin habe ich was getroffen die stellung ist in feindes hand was steht der ass jetzt darum wir brauchen verstärkung der stellung abgeriegelt position der stellung bestätigt wir brechen ihnen das rückgrat auch nicht schlecht was hat der da draußen ADP sichert und verteidigt die stellung dieser sprengsatz ist bereit die stellung ist in feindlichen händen vorrückende position einnehmen feindliche aufklärungsflieger entdeckt die stellung ist in feindes hand die stellung wird überrannt brauchen verstärkung betäubungskranate geworfen klinik platziert moment kommst du von oben runter er hat es kaputt gemacht die stellung wird überrannt die stellung wird überrannt rauchen verstärkung feindlicher flammenwerfer auf dem platzfeld nicht grillen die stellung ist in feindes hand ja ich wurde gegrillt ich riech's bis hierher ich riech's bis hierher die stellung wird überrannt rauchen verstärkung sichert und verteidigt die stellung stellung gesichert ausklärungsflieger wartet auf befehle ausklärung aktiv wir haben ein scheiß scharfschützegewehr die feige sau guck der braucht nur einen schuss und trifft mich ach sie ich hasse ihn jetzt schon Achtung! Oder kommt! sichert und verteidigt die stellung auf deren flug abgeschlossen sichert und verteidigt die stellung die stellung ist in feindes hand die stellung ist in feindes hand weiter vor allem der braucht nur einen schuss wir müssen ein ganzes magazin draufrotzen dass die pussy überlebt ich kann ja gar nichts feindlicher flammenwerfer auf dem platzfeld jetzt kommt der wieder von hinten oder was willst du mit verarschen der rennt die ganze zeit mit da oben rum oder wie neue stellung ich will da keinen feind sehen feindlichen flammenwerfer gesichtet verteilt euch stellung in den händen von verbündeten feindlicher aufklärungsflieger entdeckt wir haben die feuerhauerei sichert und verteidigt die stellung wir werden hier ausmanövriert ehre oh tod lieber von zombies was gibt's denn? ach der wichser ist das wo von oben runter kommt feindling er kann echt nur stellung abgeriegelt feindlicher aufklärungsflieger entdeckt feindlicher aufklärungsflieger entdeckt neue stellung ich will da keinen feind sehen ja ja die stellung ist in feindlichen händen feindlicher aufklärungsflieger entdeckt feindlicher aufklärungsflieger entdeckt ok gegen den habe ich jetzt keine chance klammerwerfer pass auf jetzt wird ich gleich wieder abgeknallt von dem scheiß scharfschütze feindlicher aufklärungsflieger entdeckt aufklärungsflieger aufklärungsflieger aktiv wir haben ein auge am himmel los stellung abgeriegelt neue stellung ausrücken war ja auch jetzt nicht schwer mich da zu sehen Was ist denn das? Was ist denn das? Was ist denn das? Was ist denn das? Sicher und verteidigt die Stellung! Improvisierte Sprichladung bereit! Ah, da kommt der Wichser unter! Stellung in den Händen von Verbündeten! Achtung! Molotow! Die Stellung ist in feindlichen Händen! Vorrücken und Position einnehmen! Aufklärung in der Luft! Bei der Stortenhoch! Stellung in den Händen von Verbündeten! Sichert und verteidigt die Stellung! Position der Stellung bestätigt! Ach, ich bin ganz liebten Scheißer! Ich hab doch die hier in der Mitte! Upsi! Die Stellung ist in Feindeshand! Feindlicher Aufklärungsflieger entdeckt! Das ist ein Zeug! Ich bin ganz liebter! Ja! Ich bin ganz liebter! Ich bin ganz liebter! Ich bin sehr liebter! Du bist so ein richtig hässlicher Flieger-Zombie-Zombie-Wer auf Deiner-Seite-ist! flammenwerfer auf dem schlachtfeld die stellen und verteidigt die stellung aktivität und verteidigt die stellung rückzug rückzug ich hab's versucht naja immerhin 71 zombies geklickt so jetzt zwei runden mal horden stellung jetzt zwei runden lang aufgeregt das ist eine kleine pause bis zum nächsten mal ciao ciao